Wie geht ein Sekundärzitat? Wenn Sie in einem Buch, das Ihnen vorliegt, einen Gedanken sehen, den Sie jetzt gerne zitieren würden, so wie diesen Gedanken hier, und hinten dran steckt aber noch eine Quelle, dann dürfen Sie nicht einfach das Buch zitieren, das Sie vorliegen haben. Das Buch, das ich hier habe, ist von einem gewissen Herrn, schauen wir mal gerade nach, Morbe, Lukas Morbe, ist von 2018, aber ich darf jetzt nicht hier bei diesem Satz, wenn ich den übernehmen wollte, einfach schreiben, Morbe, 2018, Seite 116. Das geht nicht, das wäre falsch. Ich darf auch nicht einfach schreiben, also wir sind hier auf Seite 116, ich darf auch nicht einfach schreiben, Goldman 2001, das wäre genauso falsch. Also ich darf auch hier nicht schreiben, Goldman 2001, wäre auch falsch. Was muss ich stattdessen tun? Ich muss die Ursprungsquelle erst finden, ich muss diesen Goldman finden, das heißt, ich schaue mir an, komme ich an den ran, in diesem Fall ist es hier klickbar, ich schaue ins Literaturverzeichnis und finde heraus, der Goldman hier ist in dem Journal of Retailing, also in einer Zeitschrift, könnte jetzt auch in einem Buch drinstecken, und dann habe ich die Aufgabe zu versuchen, ob ich dieses Buch oder diese Zeitschrift herbekomme. Es können eben zwei Sachen passieren, ich kann es schaffen oder ich kann es nicht schaffen, und beides ist in Ordnung, aber ich muss es probieren. Wenn es ein Buch ist, dann gucke ich das im Bibliothekskatalog nach, und wenn wir es selber nicht haben in der Bibliothek, dann bestelle ich es als Fernleihe, und wenn es eine Zeitschrift ist, dann gucke ich in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek, die habe ich jetzt hier gerade schon geöffnet, und dann würde ich hier herausfinden, das Journal of Retailing, haben wir das? Journal of Retailing. Jawohl, das haben wir, und das haben wir auch im passenden Jahr. Da könnte ich jetzt draufklicken, bis zu dem Artikel navigieren, und dann hätte ich den. Und dann könnte ich tatsächlich einfach schreiben, Goldman 2001. Dann arbeite ich mit der Ursprungsquelle. Wenn ich jetzt diesen Aufsatz nicht herbekomme, weil wir den Aufsatz nicht haben, weil wir die Zeitschrift nicht haben, oder weil wir das Buch nicht herbekommen, oder Sie kriegen es im Rahmen Ihres Zeitrahmens nicht mehr her, also es kommt einfach nicht rechtzeitig, dann dürfen Sie ein Sekundärzitat machen. Und ein Sekundärzitat sieht immer so aus, Sie nennen die Ursprungsquelle, und danach kommt, zitiert, nach, und jetzt kommt die eigentliche Quelle, die Sie in der Hand hatten. Das wäre in diesem Fall der Morbe gewesen. Das heißt, Sie schreiben hier, Goldman 2001, zitiert nach, Morbe 2018, Seite 116. Für Ihren Leser bedeutet das, lieber Leser, eigentlich wäre es Goldman 2001 gewesen, aber den hatte ich nicht, ich hatte nur den Morbe in der Hand. So was ist erlaubt? Sie müssen jetzt nur beide Quellen ins Literaturverzeichnis eintragen, weil es könnte ja sein, dass Ihr Leser an den Goldman rankommt, beziehungsweise wenn er jetzt prüfen will, ob er an den Goldman rankommt, muss er ja wenigstens wissen, was das für ein Buch ist, also Goldman 2001 ist zu wenig. Was für ein Aufsatz? Ist es ein Aufsatz? Ist es ein ganzes Buch? All das würde im Literaturverzeichnis stehen. Das heißt, Sie brauchen sowohl für den hier, als auch für den hier einen Literaturverzeichnis-Eintrag. Das ist relativ viel Arbeit, deswegen versuchen Sie wirklich, ob Sie die Ursprungsquelle bekommen, ob Sie den Goldman einfach herbekommen, und dann können Sie den einfach zitieren. Es kann übrigens nicht sein, dass Sie den Goldman auffinden und dass danach nochmal in dem Goldman ein weiteres Zitat wäre. Jeder muss immer direkt den Ursprung zitieren. Dadurch ist sichergestellt, dass kein Zitierwurm entsteht. Heißt, Goldman muss der ursprüngliche Urheber des Gedankens sein. Jeder zitiert immer Goldman, auch in 100 Jahren noch, damit jeder Leser nur maximal eins zurück muss bis zum Goldman. Und falls der hier nicht der Urheber war, dann hat Morbe an sich hier schon einen Fehler gemacht, weil der hätte dann noch eins weitergehen müssen. Okay, vielen Dank.